Hallo, hier ist wieder Harald Wessner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ja, ich freue mich, dass du nach all dieser Physiologie und das, was ich dir erklärt habe über Nierenkörperchen, über Glomerulus und Tubulus-Systemen und die Wiederaufbereitungsanlage noch einschaltest und dich für das interessiert, was ich dir gerne weitergeben möchte. Heute gehen wir mal her und beobachten mal ein Zuckermolekül, das in der Niere quasi oder in die Niere eintritt, damit du verstehst, was mit dem Zucker zum Beispiel ist, wenn er zu hoch ist. Also, wie ich hatte dir erklärt, das Nierenkörperchen filtriert alle Substanzen, die kleiner als 40.000 bis 60.000 Tonnen sind, das Ganze vergessen und zu diesen kleineren Substanzen gehört auch der Zucker. Der Zucker, der normalerweise in der Konzentration von 80 bis 90, vielleicht bis 100 Milligramm pro Deziliter nach dem Frühstück in deinem Blut vorhanden ist, der droht sozusagen über die Niere in den Primärhahn filtriert zu werden und du den Zucker über die Niere verlierst, wenn der Primärhahn nicht wieder aufbereitet wird. Also nochmal, der Zucker wird also in den Primärhahn filtriert. Wenn du jetzt den Zucker verlieren würdest, dann würdest du deine Energie, die du gerade zugeführt hast, in der Form über deine Nieren wieder verlieren. Deswegen hat sich der Körper was Geniales einfallen lassen. Der hat nämlich im Anfangsteil dieser Wiederaufbereitungsanlage spezifische Zellen eingebaut. Diese spezifischen Zellen, die machen nichts anderes als die Rückresorption von Zucker aus dem Primärhahn. Also wenn die jetzt zum Beispiel ein Zuckermolekül, was gerade oben im Nierenkörperchen filtriert wird, sehen, denn dann sagen die, komm her, wir haben einen tollen Weg für dich, der Zucker legt sich an diese Zellen an und der Zucker wird quasi aus in die Zelle über einen Mechanismus, über einen Rezeptor hineingebaggert und dann kann die Zelle diesen Zucker, den deine Niere gerade filtriert hat, wieder in das Blut übernehmen, weil dann diese Zelle den Zucker wieder an das Blut, was gerade durch das Nierenkörperchen gelaufen ist, wieder abgibt. Und deswegen ist es so, dass das System ist in der Lage, bei normalem Blutzucker wunderbar den ganzen Zucker, der filtriert wird, pro Tag wieder zurück zu resorbieren. Und deswegen erscheint bei deiner Urinprobe, wenn du sie machst und du nicht diabetisch bist, auch kein Zucker in deinem Urin. Weil nämlich dort diese Zellen sitzen und den Zucker wieder zurück resorbieren und der ist dann eben halt der Urin, den du ausscheidest, da wird der Zucker nicht drin konzentriert, sondern der Zucker wird vorher, bevor diese Konzentrationsmechanismen beginnen, aus dem Urin wieder zurückgebaggert. Was passiert aber dann, dass bei einigen Menschen doch Zucker im Urin ist? Und da ist ja grundsätzliche Situation, dann muss man auf den Blutzucker gucken und wenn der Blutzucker eben halt eine gewisse Höhe überschreitet, dann ist das einfach so, dann wird der Zucker, dann sind diese Transportmechanismen, weil auch mehr Zucker filtriert wird, überlastet. Und diese Überlastung, dieses Transportmechanismen, die treten eben halt dann ein, wenn die Konzentration deutlich des Zuckers höher ist. Und weil da nur eine gewisse Menge von Zellen sitzen, die den Zucker zurück resorbieren, dann sind sie auch nicht mehr in der Lage, bei höherem Blutzucker und damit natürlich auch höheren Mengen filtrierten Zuckers, eben halt den Zucker zurück zu resorbieren. Und man sagt so, wenn der Blutzucker 180 Milligramm pro Dezilit überschreitet, dann ist bei den meisten Menschen diese sogenannte Nierenschwelle überschritten. Und das führt dazu, dass der Zuckertest im Urin positiv ist. Das bedeutet, dass dann die Zellen, die den Zucker aus dem Primärhahn zurück resorbieren, überlastet sind, die gehen her und sagen, boah, das können wir nicht mehr leisten und lassen dann den Zucker im Urin. Ist dann der Blutzucker wesentlich höher, dann bleibt der viel mehr Zucker im Urin und man kann dann die Menge dieses Zuckers im Urin in eine gewisse Beziehung zu der Höhe des Blutzuckers sehen. Und wenn du dann sehr viel Zucker ausscheinst, was passiert dann? Du verlierst Energie und im schlimmsten Fall ist es so, dass du bei erhöhtem Blutzucker im Prinzip über den Urin deine ganze Energie verlierst und natürlich auch Wasser verlierst und dadurch Gewicht abnimmst, weil eben halt der Zucker, der in dem Nieren, in dem Harn bleibt, auch Wasser mit sich zieht. Und das führt dann zu, dass zum Beispiel Diabetiker, wenn die entgleisen, viel, viel mehr Pipi machen müssen, als wenn sie einen gut eingestellten Blutzucker haben. Also, was habe ich dir erzählt? Der Zucker wird über die Nieren, über die beginnenden Tubule-Systemen ganz am Anfang durch eine Gruppe von Zellen zurückreserviert und diese Zellen sind in der Lage, das bis zu einem gewissen Maximum zu schaffen. Also so etwa 180 Milligramm Deziliter. Damit ist der Körper noch in der Lage, das zu dem Zucker zurück zu reservieren. Sinn sinkt allerdings, steigt allerdings der Blutzucker weiter an, dann wird der Zucker im Urin erscheinen. Das nennt man die sogenannte Nierenschwelle. Jetzt ist die Nierenschwelle natürlich nicht bei jedem gleich. Du weißt, die Menschen sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Dieser unterschiedliche Aufbau und die Verfügbarkeit solcher Substanzen oder solcher Zellen ist sehr unterschiedlich. Bei manchen Menschen ist die Nierenschwelle bei 150, bei manchen Menschen ist eben halt die Nierenschwelle eher bei 200. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie hoch das Filtrat ist. Wenn weniger Filtrat ist, dann entsteht auch weniger Zucker dort und die Zellen sind in der Lage, diesen Zucker wieder zurück zu reservieren. Wird also deine Nierenfunktion schlechter, weil das Filtrat abnimmt, dann sind die Zellen mehr in der Lage, den Zucker zurück zu reservieren und erscheinen nicht im Urin. Also ist es ein Test, wo man sagen kann, wenn man den Zucker im Urin misst, oh ja, da könnte ein Diabetes vorliegen. Es gibt aber eine ganz andere Erkrankung. Da ist eben halt das Problem, dass diese Zellen einfach nicht da sind und dass es da eben halt eine Veränderung gibt. Und dann sind die Patienten nicht diabetisch, sondern die haben einfach nur das Problem, dass Zucker im Urin erscheint. Das hat eigentlich auch dann keine pathologische Bedeutung. Und dann gibt es neuere Medikamente. Die nutzen diesen Mechanismus aus, die neueren Medikamente, die nutzen diesen Mechanismus aus, um deinen Blutzucker, der erhöht ist, der, wenn du diabetisch bist, zu kontrollieren, indem sie einfach hergehen und diese Rückresorption des Zuckers hemmen und dadurch sind sie in der Lage, deinen Blutzucker zu senken und natürlich auch ein bisschen dein Körpergewicht zu regulieren, weil du zu viel in den Zellen nicht aufgenommene Energie über den Urin wieder abgibst. Deswegen muss man sehr gut wissen, wenn man ein Urin eines solchen Menschen untersucht, dann ist da Zucker drin, ohne dass der möglicherweise einen entgleisten Diabetes hat. Also eine relativ komplizierte Geschichte, aber wenn man sie richtig interpretiert, ist sie gut zu gebrauchen. Also wenn du immer kurz selber checken willst, als ob du eine Zuckererhöhung hast und bisher nicht beim Arzt, dann kannst du einfach hergehen, dir einen Teststreifen in der Apotheke besorgen und einmal den Urin da reintauchen und dann siehst du, hey, mein Blutzucker ist normal oder mein Urin ist zuckerfrei. Dann ist es einfach eben halt eine gute Möglichkeit, zu sagen, ja, also eine große Entgleisung eines Diabetes liegt nicht vor. Oder gerade beim Diabetes kann man ja in der Nacht nicht häufig den Blutzucker messen und man kann eben halt aus dem Morgenurin dann checken, wie war denn der Blutzucker etwa in der Nacht. Wenn der Blutzucker in der Nacht normal war, also in dem Bereich unter der Nierenschwelle, dann wird im Morgenurin kein Zucker sein. Wird er aber in der Nacht erhöht gewesen sein, dann wird ein Morgenurin sein, der eben halt mit Zucker im Urin da ist. Also kann man mit solchen Maßnahmen ganz gut feststellen, wie die Situation bezüglich deiner Niere aussieht. Aber dazu musst du natürlich deine Nierenschwelle kennen und wer kennt schon seine Nierenschwelle, das wirst du mit deinem Hausarzt gemeinsam erarbeiten können und gucken können, wo liegt deine Nierenschwelle, wenn du Diabetiker bist. Ich hoffe natürlich, dass du kein Diabetiker bist, aber so verstehst du, wie die Natur hergeht und entscheidet, dass diese Moleküle, nämlich der Zucker, all das, was du aufgenommen hast in deinem Tag, der wichtige Energiebaustein deines Körpers ist, wie deine Niere damit umgeht und wie der Körper damit umgeht. Er hält diese Substanzen bei sich, damit dein Zucker zur Verfügung steht für die Tätigkeit deines Gehirns und für die Tätigkeit deiner roten Blutkörperchen. Deine roten Blutkörperchen sind essentiell, wie auch das Gehirn auf die Versorgung mit Glucose angewiesen. Natürlich wird jetzt immer alle geredet, ja, wir ernähren uns glukosearm, sollen auf den Zucker aufpassen. Entscheidend ist, der Körper hat ein Autoregulationsprinzip für Glucose. Wenn du nicht diabetisch bist und nicht große Mengen Insulin führst und dann geht dein Körper her und regelt seinen Zucker selber, der kann im Notfall aus den Aminosäuren-Zuckermolekülen herstellen, nur kann er nicht aus dem Fett Blutzucker herstellen. Das ist das große Problem. Deswegen musst du immer auch eine kleine Menge Zucker zuführen und wenn es entscheidend ist, welche Art des Zuckers zuführst, das ist ganz entscheidend, dass man einfach nicht den puren Traubenzucker zuführt, sondern dass man hergeht, mehrfach Zucker verwendet, die der Körper langsam auftaut und wo die Menge Insulin dann ausreicht, die du zuführst, damit dein Blutzucker normal ist. Diese Low-Carb-Ernährung basiert darauf, dass man sagt, also die Ernährung mit niedrigen Kohlenhydratenmengen, die basiert darauf, dass man sich indirekt damit die Insulinspiegel senken müssen will. Und diese erhöhten Insulinspiegel, die du normalerweise bei vielen Süßigkeiten entlässt, hast, die sind einfach, die den Körper schädigen und zu den Feteinlagerungen und Veränderungen führen. Deswegen will man diese Low-Carb-Ernährung machen und weg von den schnellen, süßenen Zuckern kommen. Also, die Niere hat einen wichtigen Anteil an der Situation, denn die Niere weiß also auch, wie hoch dein Blutzucker ist. Ja, was habe ich dir erzählt? Die Niere hat Zellen, die den Zucker aus dem Primärhahn zurückresorbieren, damit du den Zucker, den du brauchst, auch im Körper behältst. Wenn diese Zellen ihre Arbeit verrichten, aber die Menge des Bluts des Zuckers, der filtriert wird, steigt über eine gewisse Grenze, erscheint Zucker im Urin. Und das ist ein Hinweis darauf, dass du möglicherweise diabetisch bist. Die Niere ist ein super Organ, das alle möglichen Sachen zurückresorbieren kann. Ich habe dir am Beispiel des Zuckers erklärt, dass die Niere entscheidet, wie dein Körper mit dem Zucker und den Substraten umgeht, die du zunimmst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bitte dich, sollte dir diese Podcast-Folge gefallen haben, dann gib bitte auf YouTube oder auf Apple Podcasts oder überall dort, wo man die Podcast bewerten kann, eine positive Nachricht. Darüber würde ich mich sehr freuen, denn dann sind viel mehr Leute in der Lage, diesen Podcast zu hören. Bis bald!